Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen 12 Tipps für gute Präsentationen zeigen. Sie können über die Navigationsblöcke oben und unten direkt einzelne Teile des Videos ansteuern. Fangen wir an. Der erste Tipp lautet, unnötiges raus. Was meine ich damit? Wenn Sie eine Präsentation halten, möchten Sie ja bestimmte Inhalte vermitteln. Alles, was Sie an Medien zeigen, was nicht direkt mit diesen Inhalten zu tun hat, führt dazu, dass weniger an Inhalt insgesamt bei Ihren Zuhörern ankommt. Unnötige Medien können zum Beispiel sein, unnötige Bilder, unnötige Grafiken, aber auch zum Beispiel zu weitläufige Erklärungen und Definitionen. Alles, was nicht direkt mit dem Inhalt Ihrer Präsentation zu tun hat, lenkt im Zweifel nur davon ab. Schauen wir uns ein Beispiel dazu an. Sagen wir, Sie müssen für einen Biologiekurs etwas über Blüten vortragen. Auf der linken Seite sehen Sie ein Beispiel für unnötige Inhalte. Es ist nicht falsch, dass Sepale zusammengenommen auch als Kalux bezeichnet werden. Es ist einfach ein bisschen zu viel Information für den ersten Überblick. Auch, dass die Petale zusammengenommen Corolla bezeichnet werden und dass man sie benutzen kann, um die Familie der Blüten einzuordnen, ist nicht falsch. Es ist faktisch richtig, aber es ist einfach etwas zu viel Information für den ersten Überblick und es erschlägt den Zuhörer etwas. Auf der rechten Seite sehen wir ein Gegenbeispiel, bei dem diese unnötigen Sachen, diese unnötigen Informationen rausgelassen wurden. Das Rauslassen der unnötigen Informationen zusammen mit der geschickteren grafischen Darstellung macht die Folie insgesamt viel übersichtlicher und verständlicher und erleichtert Ihnen dann auch, den Inhalt rüberzubringen. Wichtig, Sie entscheiden in der Vorbereitung, was unnötig ist und deswegen müssen Sie sich ganz genau Gedanken darüber machen und es ist natürlich auch eine subjektive Entscheidung, was man jetzt rauslassen kann und was nicht. Zweiter Tipp, wichtiges Markieren. Wenn Sie eine Folie präsentieren, sind manche Inhalte vielleicht wichtiger als andere oder manche Inhalte sind zuerst wichtiger, dann eher unwichtiger. Sie als präsentierende Person wissen das alles, weil Sie sich ja ausführlich mit dem Thema beschäftigt haben, aber die Zuhörer wissen das nicht. Deswegen kann es nützlich sein, visuell während der Präsentation zu zeigen, welche Aspekte gerade im Vordergrund stehen, zum Beispiel mit Markierungen, Kringeln oder was Ihnen sonst noch an visuellen Elementen einfällt. Mit solchen Markierungen können Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Zuhörer steuern und sicherstellen, dass Ihre Inhalte rüberkommen, so wie Sie es sich vorgestellt haben. Auch hierzu schauen wir uns ein Beispiel an. Auf der linken Seite sehen Sie einen Screenshot aus einem meiner Videos. In dem Video geht es darum, ein bestimmtes Schema auf ein Beispiel anzuwenden. Hier geht es um Angebotskalkulation in Betrieben. Und das, was Sie groß auf der Folie sehen, ist das Schema. Wenn ich in der Präsentation jetzt einfach nur das Schema einblenden würde und immer weiter darüber reden würde und auf ein Beispiel eingehen würde, ohne dass irgendwas visuell hier passiert, dann wäre es relativ schwer zu folgen. Auf der rechten Seite sehen Sie, wie ich es tatsächlich mache. Ich blende nämlich nach und nach auf der rechten Seite in rot Erklärungen ein und auf der linken Seite in rot die Zahlen, die bei der Anwendung auf das Beispiel rauskommen. Während der ganzen Zeit bewege ich außerdem den roten Maßzeiger an die Stellen, über die ich gerade rede. Und ab und zu markiere ich auch direkt was mit der Hand. Drittens, Text entweder sprechen oder schreiben. Bei vielen Präsentationen wird Text auf die Folie geschrieben und beim Präsentieren auch noch gesprochen. Warum ist das ein Problem? Gesprochener Text kommt über das Ohr ins Gehirn, geschriebener Text über das Auge. Wenn wir die gleiche Information über beide Kanäle zeitgleich wirken lassen, dann überfordert das den Zuhörer, insbesondere wenn das Gesprochene und das Geschriebene nicht hundertprozentig gleich sind. Und das ist ja oft der Fall. Schauen wir uns dazu ein Beispiel an. Auf der linken Seite sehen Sie einen Screenshot einer alten Präsentation von mir. Wie Sie sehen können, sieht das aus wie viele Präsentationen, nämlich auf der Folie ist relativ viel Text, teilweise ausgeschrieben, teilweise in Stichpunkten. Und dazu erzähle ich meinen ausführlichen Text, den ich irgendwo in meinen Notizen stehen habe. Das Problem dabei ist, dass der Zuhörer instinktiv erstmal versucht, den geschriebenen Text auf der Folie zu lesen. Und in der Zeit habe ich aber schon angefangen, meinen Text zu erzählen. Also ignorieren Sie entweder meine Stimme, bis Sie alles gelesen haben, oder Sie lassen sich aus dem Lesen herausreißen, um mir zuzuhören. Beides nicht optimal, um einem Thema aufmerksam folgen zu können. Auf der rechten Seite sehen Sie ein Beispiel für eine neuere meiner Präsentationen. Ich habe hier ein inhaltlich passendes Bild zusammengestellt und lediglich eine Überschrift und fünf Stichpunkte draufgeschrieben. Der eigentliche Inhalt wird rein über mein gesprochenes Wort vermittelt. Das Bild ist nur zur Unterstützung da, es passt inhaltlich, aber es ist nur zur Unterstützung da. Der geschriebene Text auch nur Stütze, um den Überblick zu behalten. Viertens, Beschriftungen richtig anordnen. Hierbei geht es darum, dass der Text, der zu einem bestimmten Bild gehört, auch räumlich in der Nähe des Bildes sein sollte. Also Bildbeschriftungen nah an das Bild dran zum Beispiel. Das ist total einleuchtend und Sie machen das im Zweifel auch immer richtig. Aber gerade bei komplexeren Themen, die Sie vielleicht in Ihrem Studium präsentieren müssen, kann es hilfreich sein, immer wieder an diesen Tipp zu denken. Was passiert, wenn wir das nicht berücksichtigen? Naja, wenn die Beschriftungen zu weit weg sind von den grafischen Elementen, dann sind die Zuhörer abgelenkt von der Präsentation an sich, weil sie erstmal damit beschäftigt sind, den Link zwischen der Beschriftung und den Bildern herzustellen. Beispiel hierzu, auf dieser Folie werden die Flüsse Amazonas und Thames verglichen. Weil aber der Text so weit weg ist von den Bildern, ist für jemanden, der nicht genau weiß, worum es hier geht, nicht sofort ersichtlich, dass es beim linken Bild um den Amazonas geht und beim rechten Bild um die Thames. Auf der rechten Seite sehen wir, wie es besser gemacht aussieht. Jetzt ist sofort ersichtlich, welcher Erklärungstext zu welchem Bild gehört und der Zuhörer kann seine ganze Aufmerksamkeit der präsentierenden Person widmen. Oder besser gesagt, dem präsentierten Inhalt. Der fünfte Tipp ist eng verwandt mit dem vierten, und zwar geht es hier um Timing. Mit Timing meine ich, dass der Text, den Sie als Präsentierer sagen, zu dem passen sollte, was Sie gerade auf der Folie zeigen. Macht total Sinn. Wenn Sie einen bestimmten Inhalt vermitteln wollen, ist dieses Timing sehr wichtig. Gerade wenn Sie etwas nervös sind oder wenn jemand aus der Zuhörerschaft Sie mit einer Zwischenfrage ablenkt, kann es leicht passieren, dass Sie danach in Ihrem Präsentationstext weitermachen, ohne dass Sie die Folie weiterlaufen lassen, zum Beispiel die nächste Animation einblenden. Falls Sie in PowerPoint mit Notizen arbeiten, können Sie dem vorbeugen, indem Sie sich die Klicks für die Animationen einfach in Ihre Notizen reinschreiben, und zwar an die richtige Stelle. Dann haben Sie ein richtiges Skript quasi für Ihre Präsentation. Sechstens, Häppchen. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass Sie das, was Sie in der Präsentation vermitteln möchten, also die Inhalte, in kleine Häppchen verpacken und Stück für Stück vermitteln, statt alles auf einmal. Im Zweifel bedeutet das, dass Sie mehr Folien brauchen als weniger, und außerdem ist es wichtig, dass Sie sich bei Ihrer Vorbereitung sehr genau Gedanken darüber machen müssen, in welchen und in wie vielen Schritten Ihre Zuhörer die Inhalte nachvollziehen sollen und können. In diesem Beispiel dazu geht es darum, zu erklären, wie Gewitter entstehen. Auf der linken Seite sehen wir, wie es aussieht, wenn Sie die ganze Erklärung als Blocktext auf einmal auf eine Folie packen. Das ist nicht sehr einleuchtend, auch wenn das alles korrekt ist. Und es ist nicht sehr verständlich. Und es schlägt ein, weil alles auf einmal eingeblendet wird. Und auf der rechten Seite sehen wir, wie das Ganze häppchenweise aussieht. Die einzelnen Schritte der Gewitterentstehung sind jetzt klar, optisch, voneinander getrennt und jeweils mit einer Grafik versehen. Wir könnten sogar noch einen Schritt weiter gehen und die einzelnen Grafiken auf einzelnen Folien dann einzeln zeigen und am Ende erst diese Übersicht hier. Siebtens, Zuhörer vorbereiten. Damit meine ich, dass Sie wichtige Grundbegriffe, die Sie benutzen und die nicht unbedingt bei allen Zuhörern präsent sind, erstmal separat einführen müssen. Wichtige Grundbegriffe müssen Sie immer erst klar definiert haben, bevor Sie komplexere Sachverhalte erklären, in denen diese Grundbegriffe vorkommen. Sonst haben Sie Ihre Zuhörer von vornherein schon abgehängt. Tipp 8 lautet Bild plus gesprochener Text. Wir haben das Prinzip, das hier hinter steckt, schon ein paar Mal angerissen, aber es ist so wichtig, dass es einen eigenen Tipp verdient. Bei einer Präsentation steht der Inhalt, den Sie vermitteln wollen, im Vordergrund. Die PowerPoint-Folien, die sollen Sie dabei nur unterstützen und aber nicht davon ablenken. Deshalb ist es in der Regel zielführend, wenn Sie sich darauf beschränken, ein passendes Bild oder eine Grafik zu dem, was Sie gerade erzählen, zu zeigen und das eigentlich Wichtige mündlich vortragen. Viele PowerPoints sehen im Gegensatz dazu so aus, dass auf den Folien ausführlicher Text, Grafiken und am besten noch zusätzliche Animationen vorkommen, zusätzlich zu dem, was der Präsentierende erzählt. Das macht es für den Zuhörer schwer, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich den gesprochenen Inhalt. Wenn Sie zu dem, was Sie erzählen, einfach ein passendes Bild zeigen oder eine Überschrift, wie ich es jetzt mache, und es vielleicht noch ganz dezent animieren, gut getimt mit Ihren gesprochenen Worten, dann unterstützt die PowerPoint-Präsentation Ihre inhaltliche Präsentation und es kommt mehr bei den Zuhörern an. Tipp 9 lautet, Bilder müssen passen. Bilder und Grafiken sind super, um Ihre inhaltlich gute Präsentation zu unterstützen. Aber Sie brauchen deshalb nicht auf jeder Folie ein Bild. Bildelemente können nur dann den Inhalt Ihrer Präsentation unterstützen, wenn sie auch tatsächlich dazu passen. Wenn die Bilder gar nicht zum Inhalt der Präsentation passen, dann greift erst mal Tipp 1, Unnötiges raus. Deswegen sind Diagramme und Infografiken sehr gut geeignet für Präsentationen, denn sie enthalten relativ viele Informationen auf einmal, auf die man dann nach und nach eingehen kann. Manchmal ist es gar nicht so einfach, passende Bildelemente zu finden für das, was Sie inhaltlich erzählen möchten. Und damit Sie sich nicht unnötig in einer langen Suche nach passenden Bildern verstricken, sollten Sie deswegen immer erst den Inhalt der Präsentation fertig vorbereiten, bevor Sie nach Bildmaterial suchen. Ein gutes Beispiel für unterstützende Bilder sind zum Beispiel Querschnittsbilder von Organismen oder technischen Geräten. Denken Sie zurück an das Beispiel mit den Blumen, das ich Ihnen gezeigt habe. Das ist ein sehr gutes Beispiel für ein unterstützendes Bild. 10. Angemessene Sprache Die allermeisten Settings, in denen Sie im Studium oder im Beruf Präsentationen halten, erlauben lockere Sprache. Wenn Sie vor anderen Studierenden, Kollegen, aber auch vor Professoren von mir aus oder Vorgesetzten präsentieren, müssen Sie auch nicht unbedingt der allerperfektesten, hochgestochenen Sprache formulieren. Überlegen Sie mal, in welchem Sprachstil Sie sich mit Freunden, Kommilitonen und Kollegen unterhalten. Das ist der Stil, in dem Sie natürlich kommunizieren. Und deswegen ist das auch der Stil, mit dem Sie am besten Inhalte an Leute kommunizieren können. Auch wenn Vorgesetzte oder Professoren mitzuhören, ist im Zweifel eine etwas lockere Sprache effektiver als eine total hochgestochene Sprache. Das ist natürlich keine hundertprozentige Regel. Sie sollten sich immer vorher genau Gedanken machen, wer im Publikum sitzt und wie locker Sie denn tatsächlich reden dürfen. Außerdem bedeutet lockere Sprache nicht gleich schlampige Sprache. Sie müssen sich also trotzdem genau überlegen, wie Sie die Sätze formulieren. Sie müssen einfach nicht wie ein Adliger dabei klingen. Genau. Elftens, keine Roboterstimme. Viele Leute versuchen in ihren Präsentationen extra deutlich auszusprechen, damit sie auch Ja verstanden werden und Ihnen niemand vorwerfen kann, Sie hätten genuschelt. Wenn Sie aber zu sehr darauf achten, Wörter korrekt auszusprechen, ähnelt Ihre Stimme immer mehr einer Roboterstimme. Inhalte kommen bei Ihren Zuhörern aber viel besser an, wenn Sie mit einer menschlichen Stimme erzählen. Das heißt natürlich nicht, dass Sie super schnell oder genuschelt präsentieren sollten. Man muss sie trotz allem noch verstehen können. Aber Aussprache ist viel weniger wichtig als zum Beispiel Betonung. Wenn Sie ganz bewusst betonen, gibt es Ihrer Erzählung einen Rhythmus und es wird leichter, Ihnen zu folgen. Zur Vorbereitung kann es deswegen sehr hilfreich sein, sich den gesprochenen Text Ihrer Präsentation komplett wörtlich als Skript vorzuschreiben und die Betonungen mit einzufügen, zum Beispiel als Unterstreichungen oder Markierungen. Zwölfter und letzter Tipp. Manchmal einfach unsichtbar sein. Wenn Sie eine Präsentation halten, steht der Inhalt, den Sie vermitteln wollen, im Vordergrund und die Projektion Ihrer PowerPoint im Hintergrund. So sollte es sein. Schließlich sind die Bilder, die die PowerPoint zeigt, lediglich Unterstützung für das, was Sie inhaltlich sagen. Wichtig ist, dass der Inhalt immer im Vordergrund steht und nicht Sie als Person. Wenn Sie also zum Beispiel eine wichtige Infografik zeigen, gehen Sie ruhig mal zur Seite, sodass alle sich voll auf die Grafik konzentrieren können und Sie so ein bisschen unsichtbar werden. Denn der Inhalt steht im Vordergrund, nicht Sie. So, das waren die zwölf Tipps. Noch ein paar Abschlussbemerkungen. Erstens, wo habe ich das Ganze her? Das habe ich mir nicht selber ausgedacht. Das basiert auf den sogenannten 12 Principles of Multimedia Learning von Richard Meyer aus den USA. Da geht es nicht ausschließlich um Präsentationen, sondern eher um Multimedia Lernen. Und ich habe das einfach jetzt hier versucht anzuwenden auf den Kontext von Präsentationen, weil da geht es ja auch darum, dass Ihre Zuhörer was lernen. Das bringt mich direkt zum nächsten Punkt. Inhalt zuerst. Was heißt das? Naja, all diese Tipps nützen nichts, wenn sie inhaltlich schlecht vorbereitet sind. Und da möchte ich mich auch jetzt hier ganz klar absetzen von irgendwelchen Tipps, wie man souverän präsentieren kann, auch wenn man schlecht vorbereitet ist. Das will ich bestimmt nicht fördern. Wichtig ist, Ihre Präsentation muss natürlich inhaltlich richtig gut vorbereitet sein, bevor Sie sich Gedanken machen können, wie man die Präsentation dann didaktisch und von der Präsentationssicht her gut aufbereiten kann. Dritter Punkt, das ist hier keine Rezeptlösung, es sind zwölf Punkte, aber nicht immer lassen sich alle diese zwölf Punkte umsetzen. Viel hat mit Übung zu tun, viel hat mit Reflexion zu tun und das ist auf jeden Fall kein Rezept zu einer perfekten Präsentation. So, das war's auch schon. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie ein Like. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, geben Sie ein Dislike. Wenn Ihre Gefühle komplizierter sind, dann schreiben Sie gerne einen Kommentar. Und das war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020